Es geht voran, immer noch ohne Fehler im Oktober, hoffentlich bleibt es jetzt eine Weile so. Die Kernprobe nämlich mit dem Nerdquist-Kalender-Frage des immer dünner werdenden Zettelhaufens und heute ist diese dran. Ups, besser hinhalten. Welche Stofftiere verschießen Liebestrahlen aus ihren Bäuchen? Das ist ja mal wirklich Oldschool und Leftfield oder wie man es nennen mag. Die Glücksbärchis müssten es sein. Das sind die Glücksbärchis. Yes, so kann es weitergehen.